Wenn du dich zu wenig selbstbewusst fühlst, dann liegt das vielleicht auch einfach daran, dass du Bücher liest. Denn wenn du den ganzen Tag Bücher liest und Video guckst, dann hast du vielleicht das Gefühl, du würdest da gerade an dir arbeiten oder wahnsinnig selbstbewusster werden, aber es passiert ja nichts. Du hockst dir nur daheim vor deinem Laptop oder am Handy und bist nicht draußen in der Realität am Handeln. Der einzige Ort, wo wirkliches Selbstbewusstsein generiert werden kann.